hallo und herzlich willkommen im heutigen video geht es um euch mal wieder und zwar bin ich jetzt fast bei 200 abonnenten und bei 100 abonnenten habe ich ja schon ein video gedreht ein schönes dankeschön an euch gerichtet und diesmal möchte ich das auch also vielen dank dass ihr dabei geblieben sein dass ihr hoffentlich noch viel länger dabei sein werdet ich habe in letzter zeit tatsächlich wenig zeit gehabt für video drehs weiter ist ja natürlich immer so ein kleines video wie das mal aussieht braucht mehrere stunden also aufbau dann hier drehen dann mehrmals irgendwas die szenen drehen dann bearbeitung auf dem rechner da muss man was dazu spielen dann fotos aussuchen und so weiter und so fort also am ende ist man schon so ein tag dran okay das möchte ich aber weiterhin machen und ich habe mir jetzt so ein paar notizen gemacht ich habe natürlich meine videos bisher so ein bisschen ausgewertet und ich habe gemerkt so wenn es um sony sigma und adapter geht am besten alles zusammen dann gucken ganz viele von euch rein in die videos ich werde jetzt auch als nächstes oder nächstes oder übernächstes video meine meinung zum 30 mm 1.4 mal ein bisschen erweitern weil ich habe das objektiv jetzt damals so ein bisschen angesprochen so die ersten fotos die ich gemacht habe am ersten tag die waren jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig ausschlaggebend ich habe gemeint okay das ist jetzt erstmal die erste meinung die ich habe von der wertigkeit und so weiter möchte ich jetzt nicht weiter ausführen das kommt aber ich habe das objektiv jetzt drei monate habe sehr viele fotos gemacht ich habe auch andere menschen mit der kamera fotografieren lassen und das wird so ein bisschen rein fließen ja genau und der nächste punkt wäre dass ich ich wollte das schon immer machen und habe das schon zum teil angefangen ich habe meine videos schon auch so teilweise leidung einfließen lassen und ich habe muss dazu sagen dass ich mich lange zeit dagegen gesträubt habe überhaupt lightroom irgendwie anzufassen weil photoshop damit konnte man ja alles machen und so und mittlerweile ist es wirklich so dass ich fast alles nur noch in lightroom mache und das hat den hintergrund dass man mit diesem programm unglaublich schnell ist wenn es um bearbeitung von vielen bildern geht wenn ich nur noch ein bild machen würde also ich hätte viele bilder gemacht aber ich hätte nur interessant eine bild dass ich bearbeiten möchte dann oder zwei dann mache ich das in photoshop wobei mittlerweile würde ich das nur noch in leitung machen aber das wäre noch so die idee das mache ich noch im photoshop lightroom ist so stark mittlerweile es ist nicht das schnellste programm es ist viel schneller sehr sehr viel schneller als wenn man viele bilder in photoshop arbeiten würde das kann man kann man sich sehr sehr gut so so ein workflow zusammenstellen dass man beispielsweise 1000 bilder gemacht und die geht man innerhalb von der stunde mal durch und macht schon die ersten korrekturen und so weiter das wäre oder ist in photoshop eigentlich und denkbar da bräuchte man wirklich sehr 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 viel mehr zeit und meine idee hier ist dass ich fünf minuten videos nur zur leitung machen das sind immer zu einem bestimmten thema videos und das allererste video das gestartet wird das wird das thema haben in fünf minuten von 0 auf 100 in leitung das heißt du hast noch keine ahnung von diesem programm du machst es zum allerersten mal auf du hast du zum beispiel diese 30 tage version pro version heruntergeladen und da zeige ich dir in fünf minuten wie du das also in dieser zeit verstehen lernst diese bilder zu importieren aufzumachen zu bearbeiten und dann so abzuspeichern dass du sie direkt weiter schicken kannst oder ausdrucken oder sonst irgendwas also kurz prägnant und nur die wichtigsten sachen also helligkeit bisschen kontrast sowas also die ersten wichtigsten sachen mit schärfe und so dass wir dann gezeigt wenn du dann natürlich schon erfahrungen hast in photoshop geht es doch viel leichter fallen aber leitung hat so seine eigenarten und hat ja so einfach diese eigenen sachen die die muss man mit der zeit verinnerlichen und ich habe gemerkt ich habe früher das programm aufgemacht also testversion gehabt auch gemacht so gemacht tschüss dann hatte ich mit der kamera mit die kamera 650 d oder die 6d weiß ich nicht mehr und da war leitung 5.6 glaube ich dabei da habe ich zum ersten ausprobiert das hat wirklich das hat echt weh getan am anfang keine ahnung hat dann habe ich mir die tutorials auf englisch angeguckt dann gingen die auch immer 25 minuten und dann bist du wirklich nur die sachen gefunden hast die brauchst ganz am anfang und ich möchte das ding installieren starten bilder rein zack schon korrigieren und weg ich glaube dass viele leute gar nicht so unglaublich viel zeit darin verbringen möchten vielleicht auch diese zeit gar nicht haben und ich möchte einfach helfen dass man da gut vorankommt gerade als anfänger zum beispiel leitung okay das wären so meine ideen für die nächsten für die nächste zeit ich wenn ich dieses erste video gemacht haben in diesen fünf minuten einführung dann werden so sachen folgen wie also im prinzip wie gehe ich vor wenn ich jetzt meine videos geschossen habe die auf den desktop oder auf die festplatte mal rüber schiebe und was mache ich dann bis zum fertigen ja und das soll jetzt nicht stunden gehen sondern das soll relativ zügig gehen aber auch so dass man es versteht gut ich würde mich freuen wenn ihr ein like da lasst und wenn euch das video überhaupt nicht gefallen hat dann einfach schön genau runter und ansonsten abonnieren nicht vergessen wie immer und ich freue mich wenn ihr wieder rein klickt beim nächsten video und wenn ihr das erste mal hier seid und das hier seht dann schaut doch mal die anderen videos an hin und wieder ist was lustiges und ein bisschen making of hinten dran und ja die ganzen langen videos habe ich auch immer noch alle drin gelassen also kann man auch ein bisschen mit lachen und ja ich wünsche euch eine gute zeit und bis demnächst macht's gut ciao